Wer meinen Blog schaut, mag sich vermutlich noch an diesen Freitag erinnern. Das ist mein BMW. Der BMW hat einen elektronischen Schlüssel. Dieser Schlüssel kommt hier rein. Und dann kann man hier Start drücken. Und es passiert nichts. WTF. Es ist jetzt wieder Freitag. Ich habe mit dem Mr. Butler abgemacht. Ich habe mit der Sandra Stucke abgemacht. Und ich kann genug beherren. Ich habe mit dem Buch gesehen. Ich habe mit dem Buch gesehen. Ich habe mit dem Buch gesehen. Oh ich bin auch mit dem Buch. Als ich mir bin. Jetzt bin ich mit dem Buch. Wo ist er? Oh Gott. Es ist 11. Es ist 11. Es ist 11. Ich könnte jetzt sein, ich bin immer in der Schule. Ich habe ein cooles, langes Gespräch mit Mr. Butler, sehr entspannender Mensch, wie er lebt und wie er ist. Und ich habe Geschenke bekommen, eine Platte von seiner Band. Seine Band heisst The Shit. Ich bin sehr gespannt, wie The Shit klingt. Und Panties. Mr. Butler Panties. Sie sind jetzt nicht unbedingt für mich, aber sie sind cool. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zu Sandra für das Interview für meinen Kaffee-Film. Ich bin Sandra Daniela Stucki und bin Barista. Ich röste in Kaffee und Bar in Blaser Kaffee Ben. Und bin dreifache Schweizer Meisterin Kaffee in Good Spirit. Cooles Interview mit Sandra. Ich habe gemäss ihr den weltbesten Kaffee bekommen. Ich bin gespannt. Und ich fahre zu Hause. Das ist es für heute. Ich bin gespannt.